recht herzlich willkommen zur folge nummer 36 von city skylines in unserem spiel drinnen und dann gucken wir mal hier was ist hier ein müllproblem ja da ist ein müllproblem das natürlich nicht so gut was passiert hier entsorgung kein platz mehr mehr probleme lehrung stoppen wird geleert und kein platz mehr okay das passt aber schon ach so wir müssen mal die leertaste wieder betätigen damit das auch leer wird 99 prozent voll aber das gebäude leert sich und wir müssten eigentlich zusehen dass wir zu diesem pendant auch was kriegen das war zweier haben eigentlich weil wir haben eigentlich immer überall zwei da sind zwei da sind zwei hier unten ist nur einer und da ist auch nur einer die beiden gehören im endeffekt dann zusammen ich würde dann ganz gerne hier noch einen zweiten hin machen damit wir zu dem anderen auch noch einen haben irgendwie geht er aber gerade sehr schlechthin da kommen egal dahin und fertig so wie sie das mit müll und hier aus da müssen wir auch noch was machen haben wir da unten ja schon alles klar dann passt das schon wir wollten hier bahnhof machen und industrie hier hat man eine u-bahn angeschlossen und ja mal die u-bahn haben dann würde ich hier gar nicht den bahnhof machen wollen das war erst angedacht sondern wird dann eher hier machen da gucken wir doch mal gerade nach rohstoffen sind dass die rohstoffe ja jeder könnte man im vorderen bereich auf definitiv noch im bahnhof machen wo fährt er denn lang hier hinten lang ok am wasser direkt würde ich sagen müssen wir mal hier gucken dass wir hier im bahnhof hinkriegen die straße war verkehrt da müssen wir hin und ja die rohstoffe kriegen wir dann ja da gar nicht weg da ist ja hier sehe ich gerade die grenze da müssen wir genau schauen wie wir das hinkriegen und das wäre jetzt eine tolle idee ja jetzt müsste man nur wissen wohin genau heute muss neben der straße platziert werden macht das ist ja auch wieder so ein ding wie machen wir das mit der straße wir müssen tja müssen wir erst irgendwo ein stück straße bauen aber was für eine ich denke schon eine große weil davon ja ganz viele lkws vorbei dann ist das dann so richtig okay das sieht ja sogar gar nicht mal so schlecht aus kommen machen wir mal so das waren jetzt die güter das ist ja auch richtig so bahngleise gefällt mir gerade nicht so sehr eigentlich soll das umgekehrt geschwungen sein so so und dann in eins gehend oder so sieht er schon besser aus und das gleiche hier oder wie weit müssen wir denn darüber dass das geht geht gar nicht oder wie sehe ich das okay das funktioniert schon mal ganz schlecht hier ist irgendwie die säule darunter kann ich das irgendwie sehen ach da ok das ist ja voll doof das kriegen wir da eigentlich den zug unter her oder wie ist das das funktioniert so nicht da können wir das gleich hier abreißen und das auch und der zug muss vorweg da rein ja schade drum ne nein ich möchte das gebäude nicht abreißen so passt schon ruhrweg ist auch richtig das gefällt mir irgendwie gar nicht was da gerade passiert so ein schritt zurück das wäre auch nicht schlecht ne aber das geht irgendwie nicht so irgendwie gefällt mir das gerade nicht so fertig ja das immer so so dann haben wir jetzt schon mal das erledigt dann noch mal zur straße das war die oder können wir aber auch jetzt hier so eine machen ein bisschen so ich würde mal sagen dann hier lang da lang suchen wir mal raus so so dann so und dort müssen wir einmal hoch schade ne das war jetzt gerade richtig doof weil wir wollen ja keine kreuzung an einer autobahn machen das muss sofort wieder weg und dann muss das stück auch weg und dann müssen wir da hoch nochmal straße und und jetzt sehe ich gerade nicht das andere stück ist da runter und runter so und verbinden passt oder runter also lassen denke ich und hier machen wir das gleiche nochmal in grün hier bis dahin dann da wieder eine stufe höher dann da wieder eine stufe höher so 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 und passt zwei spurig vier spurig auf sechs spurig ok kann man so lassen Industriegebiet können wir so machen oder das sieht ja auch ganz nett aus ok dann ist jetzt noch die frage wie verbinden wir nach da hier war ja irgendwo auch noch eine straße genau ich glaube die machen wir nur vierspurig und die machen wir hier direkt so dran oder hier fertig gut können wir so lassen oder sollten wir dann noch eine verbindung machen aber die können wir noch später einfügen denke ich mal so da oben schreit einer nach strom und nach wasser da müssen wir dann was tun Strom gucken wir mal gerade wie es bläst denn der Wind hier ja das ist leider außerhalb da wäre aber sehr gut aber wir können das definitiv hier machen ich mach den mal da hin oder ich mach den mal da hin oder dann müsste strom schon mal da sein dann müsste strom schon mal da sein und jetzt noch das wasser problem gelöst und dann strom problem gelöst und wasser auch oder so dann können die schon fahren in dem sinn okay welchen rohstoff hat man denn hier überhaupt erz das heißt wir müssten hier stadtwidl machen oder was haben wir denn hier forstindustrie agrarindustrie erzindustrie so mit nix ist dann kann man auch nix bauen ne ist das so weiß ich gar nicht jetzt das machen wir jetzt mal so und wieso geht das nicht keine ahnung muss der ersten viertel hin ne sagen wir mal gerade wie sieht das hier mit der verteilung aus ja das kann man noch so lassen und dann müssen wir das so machen jetzt haben wir es oder gut okay dann ist das prima gucken wir das zugeteilt kriegen wasser brauchen wir noch wahrscheinlich mehr genau so ist es und hochland kann dann wachsen wasser haben wir strom haben wir was wollen wir mehr jetzt muss nur noch industrie kommen da fährt ein schicker zug was sagt uns der hier nichts besonderes wäre schön wenn hier jetzt was passiert aber so wie es aussieht gar nix die industrie möchte nicht so wie wir wollen oder bauen wir noch ein paar straßen hier hin ich sag mal so mal ein bisschen mal so fertig schön oder oh das erste gebäude kommt gut hm weitere straßen ja kommt zack so zu und fertig die industrie kommt das ist doch auch schon mal schön gut im normalbetrieb den fehlen bestimmt aber gleich irgendwann ein arbeiter gehe ich von aus aber das soll es nicht so schlimm sein erstmal das kriegen wir alles noch in greff so alle plätze schon weg ja gut okay wir haben wieder ein bisschen was geschafft aber für die folge soll es dann auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020